Heute zeige ich mal in After Effects, wie man einen Hintergrundraster erstellen kann. Ich habe hier eine leere Komposition und als erstes gehe ich hier unten links, rechts klick, neu, Farbfläche, wähle jetzt die Hintergrundfarbe, weiß und wenn ich jetzt einen Raster hinzufügen will, erstelle ich nochmal eine Farbfläche. Die Farbe spielt jetzt keine Rolle, klicke OK und dann gehe ich hier auf Effekte und gebe ein Raster. Dann ziehe ich mir das Raster auf meine zweite Farbfläche und dann sehen wir schon hier bei Farbe, kann ich die Farbe des Rasters ändern. Ich gehe jetzt mal direkt auf Schwarz, dass es deutlicher wird. Jetzt habe ich dieses Raster. Jetzt kann ich hier bei Anker auch noch die Größe des Rasters verändern. Bei Rahmen kann ich die Dicke des Rasters verändern. Ich mache jetzt alles mal nochmal ein bisschen größer. Und hier bei Deckkraft kann man dann die Transparenz des Rasters ändern. Das war es eigentlich auch schon. Falls ihr das Raster animieren wollt, könnt ihr auch hier bei Anker einen Keyframe setzen, dann nach vorne gehen. Und euer Raster verkleinern. Und dann habt ihr diese Animation. Das war es. Danke fürs Zusehen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.